Hey, hier ist Marcel von CubeTube und in diesem Video wollen wir uns mit dem nagelneuen Samsung Galaxy Note 9 beschäftigen, das ich hier an der Hand habe und gegenüberstellen bzw. vergleichen mit dem Samsung Galaxy S9 Plus. Und wir fragen uns, wie groß sind die Unterschiede überhaupt zwischen beiden Geräten? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. So, wir haben nun beide Geräte nebeneinander liegen, hier auf der rechten Seite das S9 Plus und daneben das Note 9. Ihr seht auf den ersten Blick, von der Größe unterscheiden die beiden Geräte sich nicht wirklich voneinander. Wir haben beim S9 Plus ein 6,2 Zoll großes Display, während das Note 9 auf ein 6,4 Zoll großes Display zurückgreifen kann. Beide Displays sind Super AMOLED Displays von Samsung mit WQHD Auflösung und die beträgt 2960x1440 Pixel. Wenn man weiter auf dem Frontbereich bleibt und man sieht halt, dass das S9 gerade hier oben und im unteren Bereich viel runder so zusammenläuft, das Note 9 hingegen ist hier etwas eckiger. Die Displayrahmen sind bei beiden Geräten sehr dünn und auch hier der untere Bereich, also es ist kein fester Button mehr integriert, ist halt wirklich so dünn wie möglich gehalten, ebenfalls oben und da sieht man dann natürlich auch den Sensor für den Iris Scanner beziehungsweise auch die Frontkamera, die sich da oben befindet und den Lautsprecher, das ist beim S9 identisch. So, dann geht es weiter, wenn man das Gehäuse mal vergleicht, also kantiger haben wir bereits festgestellt. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen kippt, ich hoffe das kann man gut sehen in der Kamera, sieht man, dass hier der Aluminiumrahmen jetzt mattiert ist, das gefällt mir sehr gut. Hier kann man auch nochmal schön sehen, die Edges von dem Display, die hier zum Rahmen zusammenlaufen und nicht nur der Frontbereich weist die Edge auf, sondern auch die Rückseite. Ja, vorderen Rückseite sind sehr kratzbeständig und sollen auch Stürze aus geringer Höhe überleben. Insgesamt liegt es auch wie das S9 Plus sehr gut in der Hand und rutscht auch nicht so leicht aus der Hand. Natürlich aber, die Glasrückseite bringt einen großen Nachteil mit sich, was wir auch von den anderen Geräten kennen, die Fingerabdrücke, wie ihr hier seht. Im Inneren der beiden Geräte, und das ist halt echt kurios, beide Geräte sitzen so aus meiner Sicht fast die identische Platine, kommt ein Exynos Octa-Core-Prozessor, nämlich der 9810 zum Einsatz, zusammen mit 6 GB bzw. 8 GB Arbeitsspeicher beim Note 9, beim S9 Plus sind es nur 6 GB, der interne Speicher beim Note 9 ist 128 oder, und jetzt müsst ihr euch festhalten, oder 512 GB groß. Und zusammen mit dem Kartenslot, der sich hier im oberen Bereich befindet, kann der Speicher mit einer entsprechend großen Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden. Also Samsung hat auch eine 512 GB MicroSD-Karte angekündigt, die bald auf den Markt kommen soll, also dann habt ihr wirklich 1 TB Speicher hier auf diesem kleinen Device, das ist schon richtig krass. Die 512 GB Version gibt es dann halt, wie gesagt, mit 8 GB RAM, und beim S9 Plus sind es in dem Fall 64 GB interner Speicher, der aber ebenfalls über MicroSD-Karte erweitert werden kann. Zum Thema Frontkamera, um noch im Frontbereich zu bleiben, haben wir bei beiden Geräten eine 8 Megapixel-Kamera mit einer Offenblende von f1.7, und wechseln wir jetzt mal auf die Rückseite. Da kommen nämlich noch mal weitere Unterschiede zum Vorschein. So, hier nochmal rechts zur Erinnerung das S9 Plus, und man sieht dann auch hier schön die Glasrückseite, und man sieht da die Unterschiede, dass die Kamera beim S9 Plus untereinander angeordnet ist, und beim Note 9 sind die beiden Linsen nebeneinander angeordnet, und ganz rechts daneben befindet sich dann noch die Sensoren, beziehungsweise der LED-Blitz. Der Fingerprint-Sensor wurde direkt in der Mitte, also unter der mittleren Kamera platziert, was ich halt deutlich besser finde. Ihr erinnert euch ja noch an die S8-Geräte, da war das rechts daneben, und man hat eigentlich aus Versehen oder öfters mal auf die Kameralinse getoucht, anstelle des Fingerprint-Sensors. Beim S9 ist der Fingerprint-Sensor, hier hat er direkt auch unten unter den Kameramodulen angelegt. Genau, das ist nämlich eine Form, das Handy zu entsperren. Natürlich gibt es auch bei beiden Geräten wieder den Iris-Scanner. Jedenfalls, um nochmal zurückzukommen auf die Kameras, wir haben bei beiden Modellen die identischen Module verbaut. Beide Linsen bieten 12 Megapixel, und die erste Linse hat eine variable Offenblende von f1.5 bis f2.4, und da entscheidet die Automatik, also beziehungsweise die Software, welche Blende dann gerade benutzt wird. Im manuellen Modus kann das natürlich dann separat nochmal eingestellt werden. Natürlich haben wir ja auch wieder die Dual Pixel, den Dual Pixel Autofocus mit dabei, und die zweite Linse ist für den zweifachen Zoom zuständig, bietet eine Offenblende von f2.4. Wenn wir bei der Rückseite sind, interessiert euch natürlich bestimmt auch, wie groß die Akkukapazität ist. Wir haben beim Note 9 eine Akkukapazität von 4.000 mAh, und das ist natürlich jetzt ein Novum, da hat Samsung wieder aufgerüstet. Samsung war ja sehr vorsichtig aufgrund des Note 7 Debakels und hat dem Note 8 nur einen kleineren Akku spendiert, also der war, glaube ich, identisch mit dem S8 Plus, irgendwas mit 3.000 mAh, und da haben sich viele schon beschwert und meinten, okay, das ist halt ein bisschen wenig für so ein Gerät mit so einem großen Display. Jetzt hat Samsung sich getraut und hat den Akku laut eigener Angaben so verbessert, dass der jetzt auch, trotz dass er jetzt etwas größer ist, trotzdem sicher ist und hoffentlich nicht so schnell Feuer fängt. Beim S9 Plus sind es 3.500 mAh. Wir haben bei beiden Geräten eine USB-Type-C-Schnittstelle, USB 3.1 steckt dahinter, das heißt, Daten können schnell transferiert werden. Wir haben bei beiden Geräten eine Klinke, und das ist auch beim Note 9, Gott sei Dank setzt Samsung weiter auf eine Klinke, das heißt, ihr könnt eure Kopfhörer da weiterhin anschließen, das ist überhaupt kein Problem. Bluetooth 5.0 bei beiden Geräten mit an Bord, WLAN, BGN, AC, das ist kein Thema. Beide Geräte, und das ist jetzt hier die Duos-Oriente, beim S9 Plus besitzen, Dual-SIM-Fähigkeit, das heißt, ihr könnt zwei SIM-Karten einstecken, wenn ihr eine Speicherkarte einsteckt, geht natürlich einen SIM-Karten-Slot dann verloren, und ihr könnt dann nur eine SIM-Karte nutzen. Damit der Akku auch schnell wieder aufgeladen werden kann, besitzen beide Geräte Quick Charge 2.0, und das ist auch meine Theorie, dass hier beide Geräte die identische Platine besitzen, das ist sehr schade, es gibt mittlerweile 4 Plus in Sachen Quick Charge-Technology, und das geht eigentlich deutlich schneller. Schade, dass da Samsung nur eine Evolution vom Band gelassen hat, und nicht wirklich das Note 9 so richtig jetzt aufgemotzt hat. Ich denke, dann hebt man sich die besonderen Features noch für die nächste Galaxy-Generation auf. Wie dem auch sei, wir drehen die Geräte nochmal um, und in Sachen Software gibt es auch einen kleinen Unterschied. Beim S9 Plus ist Android in der Version 8.0 installiert, gibt auch leider noch kein Update für 8.1, beim Note 9, das Note 9 wird mit 8.1 ausgeliefert, beide natürlich noch im Zusammenspiel, arbeiten noch im Zusammenspiel mit der Samsung Experience UI. In Sachen Farben steht euch beim S9 Plus natürlich hier Gold, Blau, Grau, Lila und Schwarz zur Verfügung. Das Note 9 wird zum Marktstart erstmal nur in zwei Farben erhältlich sein, nämlich einmal hier, die wir hier haben, einmal in der schwarzen und einmal in der blauen Variante. Die blaue Variante hätte ich euch jetzt gerne gezeigt, haben wir aber leider noch nicht zur Verfügung. So, und jetzt kommt ein richtig großer Unterschied, also auch ein Feature, das diese Note-Serie schon seit jeher ausgezeichnet hat, nämlich der S-Pen, der sich hier unten befindet. Der findet also Platz im Gerät an sich und da seht ihr das kleine Teil, hat sich optisch und von der Größe nicht großartig verändert vom Vorgängermodell, also vom Note 8, liegt gut in der Hand, ist ein kleiner Stift, hat vorne eine kleine Spitze, 0,7 Millimeter sind das, da könnt ihr nämlich dann auch super mit zeichnen, bietet hier noch einen kleinen Knopf, hinten auch noch den Mechanismus, damit ihr den Stift auch ordentlich wieder rausholen könnt und jetzt neu beim Note 9, dieser Stift hat ein eigenes Bluetooth-Modul, das heißt, er kann sozusagen als Fernbedienung genutzt werden, er kann zum Beispiel als Fernauslöser genutzt werden, um Fotos zu machen, Selfies, er kann als Präsenter genutzt werden, wenn ihr zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation habt und muss dazu jetzt nicht im Gerät stecken, sondern ihr könnt ihn einfach abseits vom Gerät verwenden. Damit die Bluetooth-Funktion überhaupt funktioniert, muss natürlich ein kleiner Akku installiert sein, beziehungsweise ist es in dem Fall ein Kondensator, der innerhalb von einer Minute so schnell wieder mit Spannung versorgt wird, dass dieser S-Pen bis zu 30 Minuten dann durchhalten soll. Das heißt, wenn der S-Pen leer ist, einfach für eine Minute wieder ins Gerät stecken und schon steht wieder die volle Leistung zur Verfügung. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Feature. Stecken wir mal wieder rein. Beide Geräte sind natürlich wasserdicht nach dem IP68-Standard und auch gegenüber Staub und Schmutz halt geschützt. Bieten Wireless Charging natürlich an, das heißt, wenn ihr irgendwie im Auto eine Funktion habt, dann könnt ihr das Gerät einfach ranlegen an die Station, ohne da ein Kabel einstecken zu müssen. Sehr praktisch. Und natürlich LTE, Gigabit LTE Kategorie 18 wird unterstützt. Das heißt, wenn eure Carrier dementsprechend Gigabit LTE anbieten, dann könnt ihr das hier mit diesen beiden Geräten nutzen. Ja, das war jetzt einmal ein grober Vergleich zwischen dem S9 Plus und dem Samsung Galaxy Note 9. Ich habe mich jetzt auf die wichtigsten Features beschränkt. Wenn ihr aber darüber hinaus noch mehr wissen wollt, noch mehr Fragen habt, auch zum Note 9, dann kann ich noch auf zwei weitere Videos verweisen. Zum einen haben wir ein kleines Video gemacht, Vergleichsvideo Note 8 versus Note 9 und noch ein Special Video zum S-Pen. Also sehr interessant, schaut da auf jeden Fall mit rein. Ihr habt gesehen, da sind ziemlich viele Features vom S9 Plus auch jetzt wieder im Note 9 wiederzufinden. Natürlich bietet das S9 Plus keinen S-Pen und da bin ich ja wirklich ein großer Fan von. Das ist wirklich ein Feature, das die Note-Serie ja schon bisher ausgezeichnet hat und auch das Note 9 wieder auszeichnet. Besonders die integrierte Bluetooth-Funktion, dass man den Stift auch als Präsenter nutzen kann zum Beispiel und dass diese auch wieder schnell aufgeladen werden kann. Das ist wirklich eine coole Sache. Beide Geräte sind natürlich sehr leistungsfähig und wer ein etwas größeres Display braucht, der ist natürlich mit dem Note 9 mit 6,4 Zoll auf jeden Fall gut beraten. Wenn ihr weitere Infos zum Note 9 wissen wollt, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder wenn ihr zum Beispiel noch Fragen habt, dann auch damit ab in die Kommentare und vergesst auf gar keinen Fall den CubeTube-Channel zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.